Ey, aufpassen, Bülentşeylan, lass mal lachen, ja der Türk ist auf Tour, guck mal der Leute, so viele Leute, nur für einen Türk, es gibt so ne, was geht ab, 20 Jahre auf der, ja, Tour, halt, der geht halt auf Bülent. Und jetzt guckt, jetzt müsst ihr einfach mal genießen der Bilder, ich halt jetzt mal meine Fresse, guckt euch jetzt mal an wie der Abgeht. Das ist ein Film auch bei der Verlust. Lass mal lachen!